Ja, jetzt die nächste Kritik an Economy for Mankind, die Analyse der Talkshow mit Professor Martin Schwab, Paula Piquet. Bitte sofort den Sender abonnieren, die Welt klar sehen, bitte sofort abonnieren und dort das Video anschauen. Die Sendung anschauen, die Talkshow, die einzige Talkshow, echte Talkshow des Internetfernsehens, weil in den anderen Talkshows ist immer eigentlich der Moderator jemand, der selber eine eigene Ideologie vertritt und durchsetzen möchte. Während das hier dann nicht der Fall ist, sondern dass hier eine Argumenteplattform geboten wird für die unterschiedlichen Konzeptionen. Bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte sofort schneller drehen, die Geschwindigkeit auf 1,75 erhöhen, weil ich ja so langsam rede. Die Economy for Mankind ist eigentlich stellvertretend bei dieser Talkshow dabei gewesen für all die, ich nenne sie mal etwas linksradikaleren Konzeptionen, die bis jetzt offensichtlich, wenn man die Wahlprogramme in Baden-Württemberg von Wir2020-EU und die Basis nimmt, dann scheinen die sich auf Experten bzw. Reformer bezogen zu haben, die ich eher dem linksradikalen Spektrum zuordnen würde. Und die deswegen aus meiner Sicht auch zum Scheitern bei der Landtagswahl verurteilt sind, weil das die Wähler spüren, dass es sich hier um ein linksradikales Wahlprogramm handelt. Und die FRAG-Partei, also wir beraten ja bisher leider nur, trotz aller Kontakte, also nur die FRAG-Partei und die Wir2020.de, die wohl immer noch kräftig lebt sozusagen, wenn die Informationen stimmen, die ich habe. Ja, und das heißt, deswegen ist diese Kritik an der Ökonomie von Mankind, deswegen ist es auch so wichtig, dass in diesen Talkshows die Ökonomie von Mankind teilnimmt, wenn schon die Gemeinwohlökonomie nicht persönlich erscheint, die auch eher dem linksradikalen Spektrum zuzuordnen sein dürfte. Dann ist es eben wichtig, sich mit diesen Träumereien auseinanderzusetzen. Und ich fange jetzt heute so an, also erst einmal sage ich mal, das heißt also, deswegen, Liebe, Liebe, wir 2020 in allen Varianten die Basis und FRAG-Partei, lieber Professor Bakhti, der ja eher assoziiert wird mit Wir2020-EU, Rainer Füllmich eher mit der Basis, also liebe Herren Bakhti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Eva Rosen, Wir haben doch gesehen, dass das, und David Claudio Sieber hat es in seiner letzten Rede in Baden-Württemberg ja richtig gesagt, Wenn eine Partei, Experten, Reformer, auf die sie sich bezieht, willkürlich auswählt und dort die andere Seite nicht hört, dann kommen so schreckliche Ergebnisse heraus wie im letzten Jahr. Und genau darum geht es ja, auch bei diesen Talkshows, dass, wenn man die nextscientistsforfuture.de als Audiator et alterer Paas, also die andere Seite hören, nicht hört, dann kommt man eben zu völlig unwählbaren Wahlprogrammen, weil nur die nextscientistsforfuture in einer simulierten Bundestagswahl 56% bekommen haben und die anderen Konzepte eben alle in den Bereich der Unwählbarkeit gehören. So, und jetzt legen wir mal los, damit sozusagen darauf einzugehen und zwar, jetzt widmen wir uns dem Bild, das auf das jetzt ankommt. Gut, das ist also ja ein Bildausschnitt aus der Talkshow, ja, und darum geht es ja jetzt. Professor Schwab war dabei, Paula Piquet, also schauen Sie auf dem Sender die Welt klar sehen und abonnieren Sie ihn bitte sofort und auch die Glocke anklicken, weil dieser Sender ist quasi der Ort, wo das Prinzip, Audiator et alterer Paas, die andere Seite, auch die andere Seite hören, praktiziert wird, während die Parteien im Moment alle gefährdet sind, außer der FRAG-Partei und außer, ja, zumindest es gibt es bei wir2020.de ein Orga-Team, das nicht gefährdet ist, weil es ganz bewusst die andere Seite hören will. Und sich ja bei uns gemeldet hatte, weil sie die andere Seite hören wollen und müssen, weil das zu einer, also das heißt, eine neue große Volkspartei muss sich grundlegend von den Altparteien unterscheiden, genau an dem Punkt, die einen nennen es echte Basisdemokratie, die anderen nennen es freie Argumentekultur, wir nennen es Demokratie pur, dass es darum geht, dass nicht eine willkürliche Vorauswahl und ein willkürliches Wegfiltern von Experten und Reformern stattfindet. Denn das begrenzt dann wieder den Denkraum, ja, wenn man sich nur auf Trostenbieler Lauterbach konzentriert als Experten und Reformer, dann ist der Denkraum schon so verengt, dass daraus schlechte Entscheidungen resultieren. Und im Moment, wie gesagt, sind alle Parteien außer den zwei Genannten gefährdet, genau diesen Kardinalfehler jetzt schon wieder getan zu haben. Und wenn ich mir die Wahlprogramme durchlese, und das haben wir getan, sehr gründlich, oder haben sie auch in vielen Sendungen analysiert, Sie haben es ja vielleicht mitbekommen, dann sieht man eben, dass hier man einfach nur sich auf überwiegend linksradikale Reformer und Experten bezogen hat. Und damit hat man alle seine Wahlchancen schon wieder verspielt, ja, und hat null Chance, ja, weil man eben nicht die Mitte der Gesellschaft mitnehmen kann. So, dann fangen wir mal an. Hätten erst einmal der große Blick. Linksradikale machen immer einen riesigen Denkfehler. Sie denken, alles, die Welt wäre jetzt absolut friedlich und pazifistisch. Dabei war es gerade erst gestern, dass wir Europäer die Indianer und Indios abgeschlachtet haben und Nordamerika für uns erobert haben. Das heißt, und es war gerade erst gestern, dass die USA dann wiederum Irak, Saddam Hussein, Libyen, Gaddafi getötet und erobert haben. Also, dass noch sind wir nicht in einer pazifistischen Welt. Und die erste Pflicht, die man als Naturwissenschaftler hat, ist und die jede Partei hat, ist, die Bürger Europas beziehungsweise Deutschlands zu schützen, davor getötet zu werden. Hätten die Indianer Hightech-Mini-Abwehrraketen rund um die USA und Südamerika gehabt, wären sie niemals abgeschlachtet worden auf die brutalste Weise, hätten nicht unzählige Schmerzen und Qualen erleiden müssen und würden heute noch den amerikanischen Kontinent ihr eigen nennen. Leider ist es so, das ist traurig, aber es ist so, dass ohne Hightech-Mini-Abwehrraketen man nicht überleben kann, weil immer irgendwer einen Grund oder Vorwand findet, einen dann abzuschlachten, wenn man militärisch unterlegen ist, also angreifbar ist, ja, und man muss sich klar sein. Und noch etwas anderes. Seit 400.000 Jahren geht es mit der Menschheit bergab. In den ersten Jahrhunderttausenden wurde das Tempo der Gehirnvergrößerung, also naturwissenschaftlich nochmal ganz nüchtern gesagt, jede Art hat so ihre Mittel und Techniken und Waffen, die sie, wo quasi, wovon sie lebt. Ich habe es gesagt, die Raubtiere, da geht es darum, dass die Krallen immer besser werden müssen, die Laufgeschwindigkeit immer mehr erhöht werden muss und die Reißzähne und das Gebiss und so weiter, ja, und die Augen. Und da geht es bei Raubkatzen, geht es also um diese Optimierung bei Raubtieren generell, ja. Und der Mensch ist ein Gehirntier. Bei ihm sein Hauptorgan ist das Gehirn. Natürlich spielen auch die Hände eine Rolle und so weiter. Aber in erster Linie geht es, es reicht, wenn wir uns konzentrieren auf die Gehirnfrage. Und da ist es eben so, dass in den letzten Jahrhunderttausenden, also wenn wir die Entwicklung sehen von vor vier Millionen Jahren bis vor vierhunderttausend Jahren, dann haben wir dort eine kontinuierliche Gehirnvergrößerung, also das heißt, unser Hauptorgan wurde immer größer, weil immer die mit dem größeren Gehirn überlegen waren den anderen. Und vor vierhunderttausend Jahren war das eine pazifistische Situation, ja. Aber dann erfanden wir Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung. Und jetzt ging es nach hinten los. Der Schuss ging nach hinten los, weil ohne starke, positive Anreize fängt jetzt der Händler an und hat jetzt quasi Gewinnmöglichkeiten, wenn er Irrtümer entwickelt, die dazu führen, unser Leben zu zerstören. Ich zeige das jetzt mal. Ich hoffe, dass das Bild überhaupt sichtbar ist. Ich gehe mal da hin. Ich gehe mal zu dem Bild. Sie sehen jetzt, ach so, Sie sehen fast nichts, aber das reicht, was Sie sehen. Das, was Sie sehen, reicht. Hier hätten wir den ersten Früharzt und Frühhändler der Evolution, der sich nicht irrt. Der sagt, toll, dass ihr in euren urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen so glücklich miteinander lebt. Da habt ihr dann starke Immunsysteme und braucht mich als Früharzt eigentlich gar nicht. Und ich liefere euch als Händler nur naturbelassenes Obst und Gemüse und so weiter. Und dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich eigentlich gar nicht. Ach so, dazu passt übrigens ganz gut, dass in der Playlist 5 auf dem besten Sender überhaupt, News und Talks, dass da Dr. Met Michael Spitzbart, der ja seit einiger Zeit beim Weltrat Mitglied ist, bei den Next Scientist for Future Mitglied ist, in einer Talkshow bei Punkt Preradovic zu sehen ist. Also Sie können auch direkt auf Punkt Preradovic schauen. Und ein tolles Interview, das sicherlich über einige wenige Punkte könnte man mit Dr. Spitzbart diskutieren, weil das nicht ein, zwei kleine Punkte, nicht alle Professoren des Weltrates identisch sehen würden. Aber die große Linie ist die Linie des Weltrates. Wenn Sie also über uns, Weltrat und Next Scientist etwas erfahren wollen, schauen Sie diese schöne Talksendung auf Punkt Preradovic mit Dr. Met Michael Spitzbart oder eben auf News und Talks Playlist 5 am Ende, da finden Sie das irgendwo. Ja, und jetzt kommt, wirkt das Naturgesetz von Mutter, ach so, und dieser Frühhändler, der erzählt dann auch so, der lebt ja noch in der Wahrheit, der erzählt dann, ja, und da hat eine Kommune die andere nachts, abends besucht und die Getränke flossen in den Strömen und die Früchte und Gemüse und so weiter, ja. Und das war ein rauschendes Fest der Liebe und so weiter, ja. Und jetzt ist hier ein anderer Früharzt und Frühhändler und nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es automatisch zwangsläufig auch zu einem sich irrenden Früharzt und Frühhändler kommen. Und das kann 100 Jahre dauern, 10.000 Jahre, 100.000 Jahre dauern lassen, keine Ahnung, wann dann wirklich der erste auftauchte, aber es muss sein, es geht nicht anders. Das ist ein Naturgesetz, ja, Naturgesetz von Mutation und Selektion führt zwangsläufig zum sich irrenden Früharzt und Frühhändler. Schluck Wasser. Und das, und der erzählt jetzt ganz andere Geschichte, der sagt, ach, ist das eklig mit eurer Bonobo-Kommune, ja, das ist schrecklich, dieser viele Körperkontakt und das viele und jahrelange Stillen und so weiter, eklig, widerlich und so weiter. Und dann diese natürliche Nahrung, nein, ihr könnt auch meine denaturierte, billige Nahrung kaufen und die ist genauso gesund. Und außerdem krank werdet ihr nur durch so winzige Dinge, die wir später Viren, Bakterien und so weiter nennen werden. Und ihr müsst einfach so viel wie möglich meine Impfungen, Tests, Masken, Bestrahlungen, Schimmatherapien, Operationen und so weiter kaufen. Nur so könnt ihr gesund bleiben. Und jetzt werden die Leute natürlich durch solche Irrtümer, werden die Leute sich krank essen, krank leben. Sie werden, sie werden ihre, 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 ihre Bonobo-Kommune unterdrücken, ja. Und dann nur noch ein weiteres und werden dann hier ihm ganz viel abkaufen. Und jetzt erzählt er aber noch eine Geschichte. Der hat jetzt die Geschichte von dem Besuch, hat er Übersetzungsprobleme, hat Sprachprobleme und irrt sich deswegen und erzählt die Geschichte ganz anders. Er erzählt, oh, eine Kommune hat die andere abends heimgesucht und hat dort alle totgeschlagen und das war ein Blutrausch und das Blut floss nur so in Strömen. Ja, der hat da also einige Worte verwechselt und so weiter. Und jetzt passiert aber plötzlich Folgendes. Die Leute, seine Zuhörer bekommen Angst, kaufen ihm große Mengen seiner Steinmexte ab, die er dabei hat. Er wird also sozusagen ein ganz erfolgreicher Waffenhändler und erzählt natürlich diese Geschichte auch immer weiter. Und erzählt natürlich auch seine Geschichte von der Widerwärtigkeit dieses Kommunenlebens und der Unwichtigkeit dieses immunstärkenden, natürlichen Ernährungsstiles und Lebensstiles und so weiter. Und dadurch kann er hier ein Kind ernähren, hat also Erfolg und kann ein Kind ernähren, drei Enkel, vier Urenkel. Und daraus resultieren also physisch die Vorfahren von Drosten, Wieler, Lauterbach, Alnatura, Aldi und so weiter und auch alle Vorfahren der Waffenhändler, der erfolgreichen Waffenhändler, die eben die Menschen verändern. Und denn jetzt gehen die Leute, wenn die ständig solche Geschichten hören, kaufen die die Steinexte und irgendwann kommt die Idee auf, dass man die anderen Gruppen totschlägt, Präventivkriege führt, bevor sie einen Nachtstod schlagen können. Und so kommt dann der Krieg in die Welt und zwar wieder. Denn wir stammen aus einer gewaltsamen Evolution, wurden pazifistisch und wurden jetzt durch die Waffenhändler und deren Irrtumsgeschichten wieder zum Krieg aufgehetzt durch solche Mechanismen. Wir wurden in Angst versetzt und aus der Angst daraus griffen wir dann an sozusagen. Und dann hier, das ist zum Beispiel jetzt ein geistiger Schüler, ein mimetischer Schüler, ein geistiger Schüler und dann am Anfang hat das noch nicht so den durchschlagenden Erfolg, aber dann begründet da irgendwie ein Nachfahre dann sowas wie eine Akademie oder eine Universität und dann explodiert auch das, sodass es dann auch lauter geistige Nachfahren gibt, die dann auch eventuell so Richtung Trosten, Wieler, Lauterbach, Alnatura, Aldi und Waffenindustrie gehen und dort richtig erfolgreich sind. Und man kann sagen, diese Irrtümer erweisen sich als vorteilbringende Irrtümer. In den Köpfen der Kunden kommen sie an als parasitäre Meme, also schmarotzerische, manipulative, ausbeuterische Meme, beziehungsweise Killer-Viren des Geistes. Wir werden also durchmanipuliert und werden dann in Kunden umgewandelt, manipulativ. Ja, und das ist die wahre Geschichte und deswegen ist es jetzt so ungeheuer wichtig, ja, dass wir, ja, ich klicke mal schnell durch. Ach so, kann man da den Namen des Senders sehen? Nee, ach nee, da steht es nicht. Die Welt klar sehen heißt es, ne? Also der Sender heißt die Welt klar sehen. So. Jetzt erzähle ich mal weiter, ja? Oder ich nehme ruhig mal ein paar Bilder dazu. Ich kann ja mal Bilder dazu nehmen, ne? Ja, das heißt, wenn wir das jetzt mal so nehmen als Bild für, äh, hier waren wir Europäer, da ist Afrika sozusagen, hier, Nordeuropa, Südeuropa, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Australien, Asien, Südasien, Nordasien, Russland und so weiter, ja? Dann ist es ja so, dass wir Europäer, die Indianer und Indios abgeschlachtet haben, weil die eben waffentechnisch unterlegen waren. Und vor 400.000 Jahren begann es dann so, dass es durch diese eben beschriebenen, vorteilbringenden Irrtümer in den unterschiedlichen Gruppen zu unterschiedlich starkem Abbremsen des Gehirnwachstums kam. Sie müssen sich das so vorstellen, also wir hatten ja vor 4 Millionen Jahren ungefähr einen halben Liter unseres entscheidenden Organes. Dann hatten wir vor 40.000 Jahren das angebliche Maximum von 1500 Milliliter, und zwar das Maximum, was wir erreicht hatten. Was die Menschheit eigentlich bräuchte, wäre wahrscheinlich 1700 Milliliter oder noch mehr, ja? Keine Sorge, unser Schönheitsideal und unser Schönheitsempfinden würde sich genetisch auch mit der Zeit auch diesen größeren Köpfen dann anpassen, sodass dann jemand mit einem größeren Kopf uns nicht als hässlich erscheint, sondern als schön erscheint. Denn das ist ja auch nur, was wir Schönheit empfinden, wird auch in der Evolution ja justiert und eingestellt und verändert. Schluck Wasser. Vielleicht gibt es irgendwann Menschen, wenn die Evolution positiv weiterlaufen sollte, die mit einem 3-Liter-Gehirn rumlaufen, also mit riesigen Köpfen. Und wir finden das dann genetisch und vom Schönheitsideal her schön, während wir es jetzt vielleicht hässlich finden würden. Ja, also da machen Sie sich keine Sorge, also das ist, wir finden ja auch jetzt die, die jetzt 500, also einen halben Liter Gehirn haben, die finden wir jetzt auch nicht mehr schön, weil wir schon längst angepasst darauf sind, die schön zu finden, die eben jetzt durchschnittlich 1,35 Liter haben. Also die Kurve ist quasi so verlaufen, dass also am Anfang, also von einem halben Liter bis 1,2 Liter lief das Gehirnwachstum nach dem Prinzip Mutation und Selektion, immer die, die eine Mutation hatten, die das Gehirn vergrößerte, hatten einen Vorteil, breiteten sich stärker aus, die anderen starben relativ dazu aus und nach einiger Zeit hatten alle Leute die größere Gehirngröße, zum Beispiel 900 Milliliter oder so, ja. Und bis zu circa 1200, also 1,2 Liter Hubraum sozusagen, Gehirnhubraum, lief eigentlich alles ganz natürlich ab und dann nach Erfindung, ja, von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung kam es eben zu diesen vorteilbringenden Irrtümern und dadurch fing es an, dass plötzlich es sich verschoben hat, dass plötzlich das, was eigentlich natürlich ist, nicht mehr gelebt wurde. Und was ist natürlich? Bei jeder Art, jede Art hat von Natur aus die Mechanismen, dass nur die leistungsfähigsten, bei uns würde das bedeuten, nur die mit den größten Gehirnen, auch die meisten Kinder bekommen und die mit den kleineren Gehirnen eigentlich normalerweise gar keine Kinder in die Welt setzen oder die zumindest nicht überleben und so weiter, sodass also eigentlich immer für jede Art ist immer entscheidend, dass immer nur die mit den größten Leistungsfähigkeitsorganen überleben und Kinder bekommen sozusagen. Und aber wenn jetzt durch vorteilbringende Irrtümer jetzt quasi zum Beispiel Sozialspatler, Arbeitsämter, Interessen daran haben, dass es möglichst viele Arbeitslose und Sozialschwache gibt, weil sie dann größere Karriere machen können und mehr Geld verdienen können und so weiter, dann ist es klar, dass sich irgendwie die vorteilbringenden Irrtümer dann in unsere Köpfe hineingepresst werden als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes, die uns dahin manipulieren, dass wir es völlig okay finden, dass plötzlich die Leute mit den kleineren Gehirnen mehr Kinder bekommen als die Leute mit den größeren Gehirnen und daran finden, sehen wir dann plötzlich überhaupt kein Problem, ja, sondern finden das eher noch gut und sozial und das nennen wir ja Pseudo-Sozial und Pseudo-Links, ja. Das sieht man dann als gut an, weil wir ja manipuliert sind durch diese parasitären Meme, diese Killerviren des Geistes und dadurch passiert es dann, dass dann sozusagen die Evolution der Staaten und die Evolution der Gruppen so abläuft, wo diese parasitären Meme, also die vorteilbringenden Irrtümer, den Gehirndurchschnitt sozusagen am stärksten verkleinert haben, da kommt es dann zum Niedergang, ja. Also müssen wir davon ausgehen, dass also irgendwie im Römischen Reich sich irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer ausgebreitet haben, in den Köpfen der Bevölkerung als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes gewirkt haben müssen und das sozusagen führte dann dazu, dass das Römische Reich nicht mehr konkurrenzfähig war und starb und kaputt ging und so weiter. Und genauso müssen wir davon ausgehen, und das stimmt halt leider nicht absolut, aber auf jeden Fall können auch andere Mechanismen wirken. Zum Beispiel jetzt bei dem Konflikt, also bei dem Abschlachten der Indios und Indianer, Indios und Indianer durch uns Europäer, bei dem spielt noch was anderes eine Rolle. Und da war es wohl nicht so, dass wir die größeren Gehirne hatten und die die kleineren, sondern dass wir einfach auch sehr viel von diesen Händlern hatten, die sagten, oh ist das eklig, euer Kommunenleben hört auf damit, das ist ja widerlich und dieses ständige Geschmuse und dieser Sex, ja, während die nicht so viele Händler in diese Richtung hatten und deswegen die Indianer und Indios, da gibt es auch schöne Filme drüber, doch ziemlich frei waren in der Sexualität noch, ja, also in ihrem Kommunenleben immer noch ziemlich nah dem Kommunenleben waren, dadurch weniger Zeit für Waffentechnik aufgewendet haben. Also auch so geht es dann, also obwohl die vielleicht sogar die größeren Gehirne hatten, waren die hier als sexuell Verklemmtere und die also sozusagen wenig Liebesleben haben, dafür aber mehr an Waffen rumtüfteln, einfach waffentechnisch überlegen und haben die abgeschlachtet, die eigentlich gesünder und glücklicher gelebt haben. Also solche Mechanismen sind auch möglich. Es ist nicht nur der einzige Mechanismus, die Gehirngrößenverschiebung, sondern auch, wie viel Zeit wendet welche Gruppe und warum auf die Waffentechnikentwicklung an und diese hier hat mehr Zeit auf die Liebe angewandt und auf den Körperkontakt und das Leben genossen und hier, die haben mehr Zeit für die Waffentechnik aufgewendet. Und das zeigt uns, dass wir also, wenn wir eine Partei, die gewählt werden soll von den Bürgern und die Bürger ahnen, die Wählerinnen ahnen, dass man sich schützen muss, heutzutage immer noch, dass wir also im Moment noch nicht sozusagen abweichen dürfen von dem Ziel, dass wir möglichst viele Leute mit möglichst großen Gehirnen hier in Deutschland und Nordeuropa haben müssen, die dann eben zum Beispiel einen defensiven Mini-Raketenabwehrriegel um Deutschland bauen können, der so technisch überlegen ist, dass wir unangreifbar sind, zwar niemanden angreifen können, das ist das pazifistische Element darin, aber unangreifbar sind und dazu müssen wir also sozusagen die Leistungsfähigkeit hochhalten und müssen dafür sorgen, dass die mit den größten Gehirnen Kinder bekommen und die mit den kleineren Gehirnen am besten gar nicht. Denn wir haben durch unsere Sozialspatler und unsere Arbeitsamtmitarbeiter und so weiter, haben sich überall sowieso schon lauter Pseudolinke und Pseudosoziale, vorteilbringende Irrtümer ausgebreitet. In unseren Köpfen wirken sie als parasitäre Meme und Killerviren des Geistes manipulativ und haben uns quasi manipuliert, dass wir denken, es sei gut, wenn Leute, die nicht bis drei zählen können, möglichst 300 Kinder in die Welt setzen. Also, dass wir es völlig in Verordnung finden, dass unsere Karrierefrauen gar keine Kinder mehr bekommen und so weiter. Also, das ist genau der, also das heißt, will man 56 Prozent Wähler stimmen, muss man erst einmal Vernunft walten lassen. Man muss also letztendlich vernünftig sein. Und zwar naturwissenschaftlich vernünftig, die vernünftige, bodenständige, naturwissenschaftliche Linke, Next Scientist for Future, das ist der einzige Weg. Und diese linksradikalen Träumer, denen ist das völlig egal, das ist so quasi, nö, es wird uns schon niemand erobern, es wird uns nicht so gehen wie den Indianern und Indios und so weiter. Nein, nicht so gehen wie Irak und Libyen und Saddam Hussein und Gaddafi und so weiter. Nein, das kann uns nicht passieren. Also ist es auch völlig egal. Und deswegen sagt dann die Ökonomie von Mankind in den Talkshows immer wieder, Ja, ist doch egal, wenn die mit den großen Gehirnen gehen, wenn die superreichen gehen, wenn die ganzen Leute, die so richtig viel verdienen, weil sie große Gehirne haben und so weiter, wenn die das Land verlassen, ist doch nicht schlimm drum und so weiter. In Wirklichkeit ist das, bedeutet das eben, dass eventuell dann Folgendes passiert, wenn wir in Deutschland durchschnittlich unsere Gehirne kleiner werden und es ist eben so passiert, dass vor 400.000 Jahren sozusagen es erst einmal damit anfing, dass das weitere Gehirngrößenwachstum abgebremst wurde. Also so das Wachstum von 1,2 Liter bis 1,5 Liter wurde immer langsamer, bis dann die abbremsenden Kräfte vor ca. 40.000 Jahren angeblich zur Kurvenwende geführt haben. Also ich zeige mal die Kurve. Wir haben ja hier so ein paar Bildchen, wo man vieles mal zweckentfremden kann. Ja, wenn man das jetzt mal, wo ist es? Ach, da ist es, ja. Also wenn man sich jetzt vorstellt, vor 400.000 Jahren waren wir bei vielleicht grob, streiten wir nicht über ein paar hundert Milliliter, ungefähr 1,2 Liter Gehirnvolumen. Und dann, also am Anfang so vielleicht von halber Liter bis, bis, also von 4 Millionen bis 400.000 Jahre so, war vielleicht die Kurve des Gehirnwachstums eher noch tendenziell beschleunigend. Aber dann vor 400.000 Jahren, ja, sehen Sie hier, dass es so ein bisschen die Kurve abflacht sozusagen. Dann vor 40.000 Jahren hatten wir das Maximum von 1,5 Liter Hubraum. Wobei wir in Wirklichkeit zwei Liter bräuchten im Durchschnitt, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Aber haben wir halt nicht, weil eben immer die Tendenz, dass die mit den kleineren Gehirnen, also in der Normal, wenn wir das jetzt als Normalverteilung sehen, die mit den kleineren Gehirnen viel zu viele Kinder bekommen. Dadurch sinkt die durchschnittliche Gehirngröße ab. Und wir uns den Luxus ja erlauben, dass aufgrund der parasitären Meme der Sozialspartler, dass wir es tolerieren, dass hier die mit den großen Gehirnen kaum noch Kinder bekommen. Und dadurch flachtet dann also sozusagen immer mehr diese Kurve ab. Vor 40.000 Jahren 1500 Milliliter. Und jetzt sind wir hier und haben nur noch 1,35 Liter, haben also schon fast ein 0,2 Liter Glas an Klugheit verloren, sind dümmer geworden und sind deswegen vom Kaputtgehen und Aussterben bedroht. Denn jetzt jeder Staat auf der Erde, der jetzt dafür sorgt, dass seine Wieder-Normal-Verteilung seine Menschen mit den großen Gehirnen Kinder bekommen und die hier gar keine Kinder bekommen, der wird uns bei der Gehirngrößen-Evolution davonlaufen. Die werden also von 1,35 wieder Richtung 2 Liter sich vergrößern und dann werden die uns waffentechnisch so überlegen sein, dass sie dann sozusagen jederzeit mit Angriffsraketen unsere nicht ausreichend guten Mini-Raketenabwehrriegel knacken können und Deutschland uns abschlachten können und dann Deutschland besetzen können oder erobern können, wenn wir alle abgeschlachtet worden sind. Und das ist die Ausgangsbasis, die die linksradikalen Experten und Reformer nicht im Kopf haben und dadurch ist schon ihr Ansatz völlig unrealistisch und ich glaube, dass 56 Prozent die Next Scientists for Future nur bekommen haben in der simulierten Bundestagswahl, weil die Wähler gespürt haben, die WählerInnen gespürt haben, dass hier Vernunft ist, dass man Deutschland nicht schutzlos solchen Gefahren aussetzen würde, sondern eben dafür sorgen würde, dass Deutschland ein Hightech-Land wird, mit den größten Köpfen, idealerweise mit den größten Gehirnen der Welt im Durchschnitt, so dass wir als Vorreiter des weltweiten Pazifismus sein können, weil wir in der Lage sind, so leistungsfähige Mini-Abwehrraketenriegel rund um Deutschland aufzubauen, wo kein Angreifer durchkommt, bis hoch zum All, und das ist eben entscheidend, diese Vernunft, das muss schon mal die Basis sein eines Wahlprogramms, dass wir unsere WählerInnen schützen und nicht schutzlos irgendwelchen linksradikalen Träumern von einer Weltorientiertheit aussetzen. Also ich lese noch mal vor, hätten also die Indianer und Indios Mini-Raketen gehabt, auf einem Hightech-Standard, wären sie nicht von uns Europäern abgeschlachtet worden, die Evolution aller Gruppen und Staaten ist also abhängig von den durchschnittlichen Gehirngrößen, vom Gehirngrößendurchschnitt, und wie gesagt, ich habe es ja beschrieben, die Kurve ist so verlaufen, dass also erst einmal durch den Einfluss, durch das Fehlen von positiven Anreizen überall sich Tendenzen entwickelt haben, die dazu geführt haben, dass erst das Gehirngrößenwachstum durch Mutation und Selektion abgebremst wurde, weil eben die 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 Leute mit den mit den kleinen Gehirnen ja, die mit den kleinen Gehirnen, wo ist es, zu viele Kinder, also Kinder bekommen haben und die hier zu wenig und so ging es dann jeweils bergab und dass wir überleben wollen müssen, wir müssen sorgen, dass wir aus aller Welt, aus Schwarzafrika, überall die Leute mit den größten Gehirnen zu uns nach Deutschland locken und und dass wir in diesem Bereich möglichst weder aus aller Welt noch bei uns Kinder bekommen, sondern dass die Kinder hierher kommen und nur dann können wir spitze bleiben, spitze wieder richtig spitze werden, spitze bleiben, es geht nicht anders, und das ist eben das, was vernünftige, bodenständige, evolutionsbiologische, echte Linke ausmacht, im Gegensatz zu Pseudolinken, Pseudolinke, da geht es um Spinnereien und Pseudosoziales, da geht es in Wirklichkeit darum, dass Sozialspartler und Arbeitsamtmitarbeiter und NGOs mehr Karriere machen können, mehr Gelder haben, also mehr Kundschaft, mehr Opfer haben, an denen sie Geld verdienen können, Schluckwasser. Ja, dann schauen wir doch mal weiter. Mhm. Das war jetzt der entscheidende Anfang und das bedeutet, dass die Economy for Mankind, die ja stellvertretend für all die Irreführer steht, die also jetzt auch das Parteiprogramm von die Basis und wir 2020 EU für Baden-Württemberg, das Landtagswahlprogramm, quasi ruiniert haben, mit diesen linksradikalen Ideen, weil da eben, wie gesagt, die falschen Experten und Reformer zurate gezogen wurden und man eben von dem basisdemokratischen Prinzip schon abgewichen ist, von dem freie Argumente-Kultur-Prinzip der Frack-Partei oder unserem Demokratie-Pur-Prinzip, das meint alles das Gleiche. Und die Talkshow, die versucht ja auch dieses Prinzip einzuführen, es war nur ein Fehler gemacht worden, dieses, was zwischendurch war, mit den drei Extraminuten, das hätte als echte Wahl Simulation gemacht werden müssen, wobei eine echte Wahl, also in der Talkshow, ja, in der Talkshow, ja, eine echte Wahl setzt natürlich eine repräsentative WählerInnen-Stichprobe voraus in einer Talkshow, aber das kann dieser Sender noch nicht leisten, das ist noch nicht, das kostet ja, würde ja irgendwie viel Aufwand bedeuten, jetzt eine repräsentative Wähler-Stichprobe als Publikum, als wählendes Publikum da reinzubringen, das wäre ideal, und das Problem ist natürlich, dass die anwesenden Personen, wenn das, stellen Sie sich vor, die anwesenden Personen in einer Talkshow, wenn die nämlich dann wählen, dann sind das teilweise ja interessierte Personen, die selbst irgendwie Sender sind, also selbst eine Ideologie verbreiten, und die wählen natürlich nur dann etwas, was ihrer Ideologie ähnlich sind und verhalten sich ganz anders als WählerInnen, und wenn jetzt lauter Marktradikale in einer Sendung sind, dann hätten wir als evolutionsbiologische Linke natürlich einen ganz schweren Stand und würden eben nicht gewählt werden, und insofern kann man das nur machen, um zu zeigen, wie es im Prinzip geht, aber man muss immer dazu sagen, dass es ja eigentlich eine repräsentative WählerInnen-Stichprobe im Studio, im Online-Studio voraussetzt sozusagen, aber dass man trotzdem die Technik zeigen will, wie es prinzipiell gehen würde, wenn man denn eine repräsentative Wähler-Stichprobe hätte und man behandelt halt mal die anwesenden Talk-Gäste sozusagen und die Zuschauer, man behandelt sie einfach mal, obwohl es eben nicht stimmt, als wären sie eine repräsentative WählerInnen-Stichprobe. Ja gut, das kann man ja beim nächsten Mal dann besser machen als bisher. Und ja, und jetzt gehen wir es mal durch. Das Leitmotto dieser linksradikalen Reformer und Experten und das sieht man auch an den Wahlprogrammen von die Basis und wir 2020 EU ist volle Attacke bei der Ökonomie von Mankind ist das ganz extrem ausgeprägt. Ja, sie geht volle Attacke und zwar eigentlich auf jeden. Die geht auf jeden los. Auch sobald man ihr Konzept kritisiert und sagt, ja hier diese wundersame Geldvermehrung, die Leute sollen plötzlich alle zwei, dreimal mehr Geld bekommen, als sie vorher hatten. Wem nehmen sie denn das Geld weg? Von wem nehmen sie das Geld weg? Und wie wehrt sich dann diejenigen, von denen sie das Geld wegnehmen? Wie können die sich und werden die sich wehren? Wenn sie sowas nur ansprechen, dann werden sie sofort mit voller Attacke niedergemacht und dann empfindet das die Ökonomie von Mankind ja als Beleidigung und als, also, und reagiert da dann so nach dem Motto, als hätte man sie beleidigt, weil eben man ihre Ideologie in Frage gestellt hat, also ihren Irrtum in Frage gestellt hat, dass sozusagen die Idee von Ökonomie von Mankind ist ja quasi, wenn ich den Reichen Geld wegnehme und es den Armen gebe, dann wehrt sich da niemand, weil niemand ein Problem darin sieht. Und auch wenn es, jetzt ist der Punkt, also das stimmt aus unserer Sicht nicht, sondern denn die Reichen werden sich mit brutaler Gewalt dagegen wehren und wenn die brutale Gewalt nur daraus besteht, dass sie Deutschland verlassen, ihre Arbeitsplätze mitnehmen, ihre Maschinen mitnehmen und wir dann alle erst mal arbeitslos in Deutschland sind. Die haben ihre Mittel, die haben ihre Möglichkeiten, die brauchen uns nicht, wir brauchen sie. Also wir brauchen Mercedes, Mercedes braucht uns nicht, Mercedes kann in aller Welt Arbeitnehmer finden, es braucht uns nicht, wir brauchen Mercedes und wir brauchen die klugen Köpfe mit den großen Gehirnen, nicht die, die brauchen uns nicht, die werden in aller Welt mit Kusshand aufgenommen und genauso wie wir, die mit den größten Gehirnen aus Schwarzafrika gerne aufnehmen möchten, möchte der Rest der Welt die europäischen, die deutschen mit den größten Gehirnen aufnehmen, weil die anderen Länder da viel vernünftiger sind als wir sozusagen. Da gibt es nicht so viel vorteilbringende Irrtümer von Sozialspatlern, denn wir sind ein Land mit den wahrscheinlich meisten Sozialspatlern und Arbeitsamtmitarbeitern der Welt und deswegen haben wir auch entsprechend viele vorteilbringende Irrtümer killaviren das Geist des parasitäre Meme. Ja, und Ökonomie von Mankind. Wenn ich davon rede, Nürnberger Prozesse, dann löst das die Assoziation aus, ja, die jetzige Regierung, das sind Nazis und das führt zu einem Krieg und das führt dann dazu, das ist der Weg des Krieges und das führt zu dem Resentat, dass die Altparteien, die ja viel mehr Macht haben als die Neuparteien, die Neuparteien platt machen werden und als Aussätzige behandeln werden und nämlich so nach dem Motto, mit denen reden wir nicht, mit denen gehen wir in keine Talkshows und mit denen koalieren wir nicht und dann sind die Neuparteien tot und haben keinerlei Chance mehr. Also kann ich nur vor voller Attacke warnen, also Parteiprogramms Empfehlung wäre, wir gehen sofort auf den Kurs von Weißrussland, den erfolgreichen Kurs Weißrusslands Atemwegserkrankungen so zu ignorieren und genauso zu behandeln, wie man in jedem Winter die Grippesaison behandelt. Punkt. Ohne Attacke, ohne Beleidigung, ohne Nazi-Assoziationen, einfach und dann ist das Thema vom Tisch und dann wählen einen alle, die die Maßnahmen beendet haben wollen, aber es wird keine Feindschaft unnötig ausgelöst und man kann sich dann und das wählen einen dann auch Wähler, die sagen, dass mir den Maßnahmen ist mir egal, das ist mir nicht so wichtig, dass die weiterlaufen und ich finde das Parteiprogramm gut, ich finde die Reformen gut, ich finde die Gesundheitsreform gut und 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 dann kann man sich auf sozusagen und dann kann man Richtung in die Nähe, also man hat dann ein Potenzial, was in der Nähe von 56% wenigstens liegt, denn natürlich werden uns alle die, werden alle die, die Neuparteien nicht wählen, die eben doch die Maßnahmen weiter haben möchten, aber ob das nun so viele sind, wird man sehen, ne, ja, dann, die Ökonomie von Mankind geht eben auch vor, immer so der Charakter, der Charakter erinnert mich immer an so Personen wie Honecker und Stalin, das läuft quasi so, wenn man das Konzept kritisiert und sagt, das führt doch dazu, dass wir alle bettelarm werden, weil die Leute mit den größten Gehirnen unser Land verlassen werden, ihr Vermögen und ihre Arbeitsplätze mitnehmen werden und dann ja im Prinzip ein Land mit kleinen Gehirnen und mit Niedrigstlohnjobs übrig bleiben wird, weil alle Mercedes, VW, BMW, die Familie Quant oder wie sie heißt, das Land verlassen haben und die Produktion dann in anderen Teilen der Welt stattfindet und nicht mehr in Deutschland. Dann, ja, dann, sobald man sowas sagt, kommt dann quasi so eine Äußerung wie, ja, sie müssen erst mal ins Erziehungslager, lesen sie, lesen sie doch mal, lesen sie unser Programm, lesen sie unser Konzept, lesen sie unser Programm, also man, man soll dann also quasi so wie es vielleicht dann in der Sowjetunion, dass sie die Erziehungslager oder irgend so was ähnliches gegeben haben dürfte, wo die Leute dann also so auf Parteilinie wieder gebracht wurden, soll man erst mal lesen und lesen und im Prinzip soll man nicht kritisieren, wenn man nämlich kritisiert wird, kriegt man dann sofort irgendwelche beleidigenden Seitenhiebe, die dann also die Ökonomie von Männkind selber gar nicht wahrnimmt, sondern die fühlt sich ja dann beleidigt, wenn man sagt, dass das Konzept auf eine Verarmung der Gesellschaft hinausläuft, fühlt sie sich ja sofort beleidigt, anstatt auf das Argument einzugehen und fängt an mit Seitenhieben und wird selber beleidigen, merkt das selber nicht und ja und das ist sind, das erinnert mich doch schon sehr stark an die Psyche eines Stalins oder eines Honeckers, ja und diese ständige Aufforderung, wir sollten sozusagen da lesen und lesen und lesen und also Irrtümer immer wieder lesen, das erinnert mich doch an so Umerziehungslager, wo die Leute wieder auf Parteilinie gebracht werden sollen und und so weiter, also insofern habe ich auch menschlich Bedenken von so jemandem möchte ich nicht regiert werden, also so Leute, wie sie, wie ich sie kennengelernt habe bei der Ökonomie von Mankind, von solchen Menschen möchte ich nicht regiert werden, weil ich fürchte, dass die sich als Stalin und als Honecker erweisen werden. Ja, also, und so kam es dann in der Sendung zu den ersten Seitenhieben von Ökonomie von Mankind auf unser Konzept und später entrüstet man sich dann darüber, dass es natürlich auch, wie es aus dem Wald, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es zurück, dass natürlich ich natürlich jetzt auch kein Interesse hatte, jetzt unbedingt jetzt sozusagen so jetzt zum gehorsamen Diener der Ökonomie von Mankind zu werden und mir das dem, meine Kritik verbieten zu lassen. Ja, So, dann spricht die Ökonomie von Mankind von freien, mündigen Bürgern. Das ist so eigentlich eine, das war auch gedacht so ein bisschen als Seitenhieb, so nach dem Motto, ja, die Next Scientists for Future, die wollen ja die Bürger entmündigen. Weit gefehlt, wir wollen sie ja über die Wohlfühlstimme zu den Regierenden machen, wir wollen ja über Wohlfühlstimme, Vorwahlensystem und Volksentscheide ja quasi den Bürgern die Macht geben, ohne, und jetzt passen Sie auf, jetzt, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ohne sie ständig von der Arbeit abzuhalten, indem man sie rund um die Uhr mit irgendwelcher demokratischen Arbeit beschäftigt. Also sozusagen die, die Bürger wollen sich nicht den ganzen Tag nach ihrer Arbeit dann noch beschäftigen müssen mit Politik, sondern das darf ein bestimmtes Zeitquantum nicht übersteigen und das Konzept der Bürgerparlamente würde bedeuten, dass man als Karrieremensch einen Monat seine Karriere sozusagen ruinieren müsste, um dann einen Monat am Bürgerparlament teilzunehmen. Man würde zwar den finanziellen Ausgleich kriegen, aber wer kann einem den Karrierebruch und den Karriereknick jemals bezahlen, das wird nicht möglich sein sozusagen und von daher man kann den ja auch schlecht abschätzen, ob es denn eine Karriere gegeben hätte, also insofern glaube ich nicht, dass die Bürger, die WählerInnen bereit sind, ein Konzept zu befürworten, wo sie ständig gezwungen sind, Demokratiearbeit machen zu müssen. Bei uns, die Wohlfühlstimme dauert ein paar Sekunden, das Vorwahlensystem bedeutet alle zehn Jahre vielleicht mal vier Stunden Aufwand und die Volksentscheide bedeuten, ja, so mit den Freunden am Feierabend mal drei Monate über ein Thema kontrovers plaudern und dann wählen und abstimmen, damit kann man leben und wenn das zu viel ist, dann macht man halt alle sechs Monate einen Volksentscheid und wenn das auch noch zu viel wäre, den WählerInnen, dann macht man halt alle zwölf Monate einen Volksentscheid. Also und das Bürgerparlament Konzept hat beinhaltet diese Überforderung der Bürger. So und jetzt aber nochmal zum Konzept der freien mündigen Bürger, das ist paradoxerweise ist also quasi bei Ökonomie von Mankind kommt jetzt bei aller Linksradikalität plötzlich so ein marktradikaler Satz, ja, denn das ist ja an sich Schluck Wasser die Kernideologie der Marktradikalen, dass die sagen, ja, die Bürger sind ja freie, mündige, verantwortungsbewusste Bürger und die sind doch in der Lage all die manipulativen Werbespots zu durchschauen und sich deswegen selber gesund zu ernähren und selber alles richtig zu machen und die Werbung, ja, die ist dann völlig unwichtig und so weiter und die Bürger sollen ja gefälligst mal mehr Verantwortung für sich übernehmen, ja, und das ist so völlig unrealistisch, denn warum geben denn die Konzerne Milliarden Werbegelder aus, weil eben die meisten Bürger gar nicht in der Lage sind, die Manipulation der Werbespots zu durchschauen, eben, wenn sich Werbung nicht rechnen würde, würde sie doch nicht gemacht werden, also das heißt, die Leute mit den kleineren Gehirnen, die werden natürlich die ganze Zeit Opfer dieser manipulativen Werbung, ja, diese parasitären Meme, die die Werbung aussendet, ne, dieser Killer-Viren des Geistes seitens der Werbung, ja, wo Werbung ist ja letztendlich, dass die vorteilbringenden Irrtümer einer bestimmten Industrie, wie Zucker ist gesund oder Tabak ist gesund oder ist gesundes Nussmittel oder so oder Alkohol ist gesund oder so, solche vorteilbringenden Irrtümer werden ja quasi als Parasite in die Köpfe der Bürger reingepresst und zwar gerade der mit den kleineren Gehirnen, die sich nicht wehren können quasi und führen dann zu entsprechenden Kaufverhalten. Ja, und aber der Witz ist, wir von den Next Scientists for Future, wir wollen doch die absolute Freiheit, ja, wir wollen doch viel mehr als den sogenannten freien, mündigen Bürger, sondern wir wollen den wirklich freien Bürger, der, wo die Wirtschaft und die Behörden und alle Sparten und alle NGOs nur die Diener des Bürgers sind, des Wählers sind und nicht wie bisher die Herren des Wählers, ja, also insofern er, bei uns behält jeder Mensch das absolute Recht, sich krank zu konsumieren oder gar umzubringen, ja, die Ökonomie von Männkind tut so, als wollten wir die Versicherten überwachen, niemals, ja, sondern das sind ja alles Angebote, kostenlose Angebote, zum Beispiel der Hausärzte, die man annehmen kann oder nicht, das ist doch absolute Freiwilligkeit, ja, niemals wird jemand irgendwie, niemals wird ein Hausarzt die Leute ansprechen, so, ihr solltet jetzt, so nach dem Motto, sie sollten sich jetzt mal gesünder ernähren, weil er dann genau weiß, dass er ja dann seine Kundschaft verärgert oder verkrault, sondern nur sozusagen, ja, sonst sagen, ich habe, so, morgen ist wieder ein Ernährungskurs, wenn sie Lust haben, es ist eine lustige Gruppe zu erwarten, macht Spaß, wenn sie Lust haben, können sie ja mal kommen, oder so, ja, also, mehr wird es nie sein, ja, also, ja, und dann kommt als nächster Irrtum bei Ökonomie von Mankind, also, wie gesagt, bei uns hat jeder das Recht, sich krank zu konsumieren, so viel er will, und jeder das absolute Recht, Selbstmord zu begehen, und so weiter, ja, also, bei uns gibt es alle Freiheitsrechte, und nur bei uns, ja, dann kommt der nächste große Irrtum, das ist dieser große Irrtum, mehr Geld wird zu mehr Gesundheit führen, in Wirklichkeit ist es ganz anders, größeres Gehirn führt zu mehr Geld und zu mehr Ernährungswissen, dadurch weniger hereinfallen auf die parasitären Meme, Killerviren, des Geistes der Werbung, etwas gesündere Ernährung, längeres Leben, und so weiter, ja, also, das ist die eigentliche Logik, also, am Geld liegt es nicht, es liegt an der Gehirngröße, und die Leute mit den kleinen Gehirnen, denen müssen wir helfen, indem wir den Arzt dafür belohnen, wenn er diesen Leuten das Hilfsangebot macht, das ist ein Angebot, ein Angebot, ja, ihnen zu helfen, dass sie sich besser wehren können, gegen all das Krankmachende in der Welt, ja, ja, und dann kommt wieder der Spruch von der Eigenverantwortung, und genau das ist wieder eigentlich so was Neoliberales, ja, was eigentlich gar nicht zu den restlichen Linksradikalen so richtig passen will, aber die Ökonomie von Mankind hat eben gerade da so eine neoliberale Ecke und auf der anderen Seite wieder diese linksradikale Ecke, also ja, dieser Spruch von der Eigenverantwortung, als ob das Kind und seine Eltern, ja, das 100 Kilo Übergewicht hat, weil es all das frisst, was in der Werbung angepriesen wird, sozusagen, als ob die Eltern einfach mal so eben Eigenverantwortung übernehmen könnten und so weiter und sich dagegen wehren könnten. Das geht nicht. Und die Neoliberalen sagen das ja deswegen, weil sie einfach Narrenfreiheit dafür haben wollen, weiterhin ihre Profite auf Kosten der Bevölkerung machen zu dürfen. Und das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Danach wird es dann aber gleich wieder bei Economy for Mankind links radikal. Sie können das ja alles parallel, wenn Sie die Sendung schauen, können Sie das ja dann parallel dazu verfolgen, sozusagen, zu dieser Sendung. Können ja hin und her schalten zwischen zwei Sendungen. Wie gesagt, Sender die Welt klar sehen. Ja, und dann kommt die nächste, nächste Irrtum von Economy for Mankind nicht heizen, mache krank. Ich erlebe es gerade selber wieder. Krank macht überwiegend krank machendes Essen, Bewegungsmangel, was auch immer. Und ich lebe persönlich seit Jahrzehnten ohne jegliche Heizung. Das Fenster ist immer so weit wie möglich offen, wie ich es irgendwie ertrage, mit vielen Schichten von Pullovern und Hosen und Ohrwärmer und so weiter. Und das macht überhaupt nicht krank, denn Heizungsluft ist das, was krank macht. Sie werden krank durch Heizungsluft, sie werden krank durch krank machende Ernährung, Bewegungsmangel und was auch immer, krank machenden Lebensstil. Aber das zeigt eben, die Ökonomie von Mankind ist in allen Punkten völlig unrealistisch. In jedem Punkt. Ökonomie von Mankind und all diese anderen linksradikalen Reformer und Experten sind in Wirklichkeit einfach nur eine Anhäufung von Bildungsmangel. Dann will die Ökonomie von Mankind einen arbeitnehmer orientierten Arbeitsmarkt Jahre sich klar zu sein, dass das hier einen drastischen Gewinnrückgang für die Unternehmer bedeutet. Wenn die Unternehmer jetzt springen müssen, wenn die Arbeitnehmer irgendwas wollen, dann bedeutet es einfach Gewinnrückgang für die Unternehmen und dann ist die Frage, wie schlagen sie zurück die Unternehmen oder schlagen sie nicht zurück Und auch wenn sie nicht zurückschlagen würden, müssen wir uns doch die Frage stellen als Naturwissenschaftler, wo ist denn das Geld besser aufgehoben? Es geht doch darum, Investitionsgelder. Wenn ein Unternehmer, eine Unternehmerfamilie Arbeitsplätze schaffen soll, dann braucht sie ja dafür Investitionskapital. Das heißt, das meiste Geld, über das Unternehmerfamilien verfügen, wird ja eben nicht zum Konsum verwendet. Man hat sogar gehört, dass die Aldi-Familie relativ spartanisch gelebt haben soll, sondern die Gelder werden verwendet, um ins Unternehmen zu investieren, wo dann wieder neue Arbeitsplätze für die WählerInnen entstehen. Und die Frage ist, wenn ich das Geld irgendwie den UnternehmerInnen wegnehme, also die Economy for Mankind will ja eine brutale Enteignung ab 30 Millionen Euro. Alles, was ab über 30 Millionen ist, wird enteignet. Aber man nimmt quasi das Investitionskapital weg und gibt es teilweise zum Verkonsumieren oder der Rest wird wahrscheinlich dann in Staatshand genommen. Jetzt ist die Frage, ob der Staat oder das Vergeuden und Verkonsumieren mehr Arbeitsplätze schafft, als wenn die Unternehmerfamilien dieses Investitionskapital selber in der Hand behalten und dann eventuell weiterhin gute neue Arbeitsplätze schaffen, auch in Zukunft. Diese Frage muss man sich doch stellen. In welcher Hand ist das Investitionskapital besser aufgehoben? Ist der Staat der mit den größeren Gehirnen, der Arbeitsplätze besser schafft als die Unternehmerfamilien? Oder sind eher die Unternehmerfamilien die mit den größeren Gehirnen, die eben mehr Arbeitsplätze schaffen, als der Staat es je kann? Das muss man sich fragen. Aber genau das macht die E4M, die Economy for Mankind, E4M eben nicht. Dann ist ja hier in der Mitte auf dem Bild sieht man ja den Herrn Klammer und sein Irrtum ist ja, der formuliert das auch so, glaube ich, so ähnlich, die industrielle Nahrungskette ist nicht auf Nachhaltigkeit transformierbar. Ich glaube, das wiederholt er sogar zweimal mir gegenüber. Und genau das ist diese Idee. Er hasst die Industrie, die Nahrungsindustrie und sagt, die kleinen Sachen sind Engel und die Industrie ist der Teufel. Die große Industrie ist der Teufel und die kleinen sind die Engel. Und wir sagen, und das ist wieder dieses Thema, der Staat, staatliches Gesundheitswesen ist gut, privates Gesundheitssystem ist schlecht. Und hier der Herr Klammer macht die Ebene einfach anders. Groß ist schlecht, klein ist gut. In Wirklichkeit ist es aus naturwissenschaftlicher Sicht völlig egal, ob es staatlich ist, privat ist, groß oder klein ist. Hauptsache, die positiven Anreize stimmen. Also Hauptsache, der Arzt wird für gutes Tun belohnt, nämlich für Krankheitsverhinderung. Und der Arzt wird belohnt, wenn er mir hilft, ein kostenloses Hilfsangebot macht, wie ich, dass ich nie Krebs oder Herzinfarkt bekomme. Das ist entscheidend. Also die Menge und die Qualität und die sozusagen mit 50 Jahren Wissenschaftserfahrung hochpräzise gesetzten, richtigen, positiven Anreize, basierend auf den richtigen Messgrößen. Das ist der Weg. Darum geht es. Also und insofern hätte man dann schon sagen können, Herr Klammer, Ihre ganze Idee fußt auf einem Irrtum, als käme es auf groß oder klein an. Das stimmt nicht. Es ist egal. Es kommt auf die positiven Anreize an. Und deswegen meine Antwort an Herrn Klammer jetzt hier. Ich möchte den Giftfraß Ihrer lokalen Giftbauern, kleinen, lokalen, kleinen Giftbauern nicht essen. Ja? Ich möchte, dass positive Anreize gesetzt werden, dass wer Bürger vergiftet, wer WählerInnen vergiftet, keine positiven Anreize bekommt und wer Leute mit gesundheitsförderlicher Nahrung versorgt, bekommt positive Anreize, Verdienstzuschüsse und Ähnliches. Und das ist entscheidend. Und dabei ist mir völlig egal, ob klein oder groß, staatlich oder privat. Es gibt ja sogar Leute, die überlegen. Habe ich gerade gestern in der Sendung gesehen, dass man die Landwirtschaft teilweise verstaatlichen sollte oder in Staatshand nehmen sollte. Also alles völlig egal, staatlich, privat. Hauptsache die positiven Anreize sind richtig gesetzt und gekonnt gesetzt. Und das können auf der Welt nur die NextScientistsforFuture.de vom Weltrat. So. Paula Piquet, die Moderatorin von RT Deutsch und so weiter. Dazu muss man ihr sagen, liebe Paula, niemand will ihr doch die Freiheit nehmen, sich krank zu machen oder umzubringen. Also immer dieses Missverständnis. Also uns wurde immer unterstellt, wir, die Freiheit über alles wollen und wollen, dass die Bürger, wir wollen ja quasi die Narrenfreiheit für die Konzerne und die Lobbyisten und alles, wir wollen das ja alles beenden. Wir wollen ja, dass die Wählerinnen, die sozusagen selber die Macht bekommen über alles, durch Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten und so weiter. Und überall kommt es, dann wird uns das unterstellt, wir wollten die Freiheit einschränken. Dabei ist das jetzige System doch maximale Freiheitseinschränkung. Welche freiheitliche Wahl hat denn das Kind, das 100 Kilo Übergewicht hat? Welche Wahl und welche Freiheit hat es denn, ein gesundes und glückliches Leben führen zu dürfen? Gar keiner. Es ist sozusagen zum konsumsüchtigen Sklaven der Nahrungsindustrie geworden. Das ist doch keine Freiheit. Und alle unsere Angebote sind ja nur Angebote, das sind ja alles Hilfsangebote. Die Ernährungsberaterin wird nie jemanden, wird sie als Kunde im Supermarkt niemals ansprechen, sondern sie dürfen die Ernährungsberaterin ansprechen, mehr nicht. Also von daher, immer wird dieses Gespenst aufgemacht. Also das ist aber auch so ein Konzept. Immer geht man gegen den anderen vor, indem man ihm Unfreiheit unterstellt, obwohl eigentlich das eigene Konzept eher das unfreiheitliche Konzept ist. Aber so ist das. Ja. Ja, und Paula spricht dann auch davon, ja, Paula Piquet, ja, sie will, dass jeder selbst herausfindet, was einem gut tut. Ja, welche Chance hatte denn dieses Kind mit den 100 Kilo Übergewicht, das selbst herauszufinden, was ihm gut tut? Gar keine. Das ist eigentlich immer so dieser Zwiespalt. Einerseits linksradikale Thesen und andererseits diese neoliberale Ideologie. Ich würde mal schätzen, 50 Millionen Menschen schaffen das nicht, weil der Mensch auch nicht statistisch ist. Wie kann ich denn rausfinden, was mir gut tut? Gut, ich esse, die Leute, die meisten Leute essen zehn verschiedene Nahrungsmittel am Tag. Oder drei oder fünf verschiedene. Wie wollen die denn jetzt rausfinden, was da von ihnen schlecht tut, ja, wenn dann plötzlich der Bauch weh tut? Ist das jetzt wegen welchem von den zehn ist das denn? Während wenn sie mit Statistiken beim Bundeswahlleiter sowas untersuchen, könnten sie rausfinden, aha, Hersteller A schadet der Gesundheit, Hersteller B nutzt der Gesundheit und dem Wohlergehen und so weiter. Und Marktleiter A wirkt mit seinen Ernährungsberaterinnen positiv auf die Gesundheit der Kunden, Marktleiter B eher negativ. Und so können sie dann positive Anreize sozusagen ausschütten, Verdienstzuschüsse und ähnliches. Und insofern, also das ist eine zentrale naturwissenschaftliche Erkenntnis. Der einzelne Mensch ist nicht statistisch. Erst über tausende an Kunden kann man feststellen, welche Hersteller, welche Herstellerkennung, verantwortlichen Kennung für Gesundheitsschädigung steht und welche Herstellerkennung, verantwortlichen Kennziffer steht für gesundheitliche Schädigung oder gesundheitlichen Nutzen, ja, sozusagen. Ja, und eben wie gesagt, wenn man sich nochmal erinnert, dass die Werbemilliarden an Zeitschriften ja deswegen ausgegeben werden, eben auch deswegen ausgegeben, nicht nur, weil die Werbung, Werbung, die Leute mit den kleineren Gehirnen voll erreicht und dort Wirkung entfaltet, sondern weil dann auch in den Zeitschriften eine Evolution der Journalisten gelaufen ist, dass die Journalisten, die das Angebot der Werbekunden gut finden, werden natürlich mit der Zeit immer mehr, denn jeder Journalist, der die Angebote der Werbekunden kritisiert, der kommt ja immer in Konflikt damit, dass die Werbekunden eventuell ihre Werbemilliarden den Zeitschriften entziehen, ja. Und dadurch kommt es zu einer Evolution, und zwar einer Anhäufung von Journalisten in den Medien, die immer der gleichen Meinung sind, von vornherein schon der gleichen Meinung sind, wie die Werbekunden, weil die dann nie in einen Konflikt mit den Werbekunden kommen. Ja, unser Hausarzt, also bei unserer Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege wird der Hausarzt den wirklich individualistischen Blick neu bekommen, liebe Paula, und im jetzigen System wird er den nie bekommen, weil es sich für die Ärzte ja gar nicht rechnet, die Leute gesünder zu machen, und mit einem individualistischen Blick, das hat ja auch Frau Professor Michaela Döll sozusagen, die hat ja ein Buch geschrieben darüber, dass man natürlich gucken muss, dass man mit Medikamenten ganz anders umgehen muss, wenn es eine Frau ist oder ein Mann ist, oder Blutgruppenunterschiede und so weiter. Aber diesen individualistischen Blick, den bekommen ja die Ärzte in unserem Gesundheitssystem, weil sie nämlich erstmals an der Gesundheit der Leute interessiert werden und nicht am Geld verdienen anhand einer bestehend bleibenden chronischen Krankheit. Wir beenden in Wirklichkeit das Fremdbestimmte. Ich werde völlig frei davon, von dem Fremdbestimmten, zum Beispiel über die Wohlfühlstimme. Ja, und diese Grundfrage von Paula Piquet, wie haben es die Vorfahren gemacht, die ist völlig falsch, denn wenn wir zurückgehen, sehen wir ja eigentlich noch, sogar noch mehr Ernährungstote als heute. Ja, gucken Sie sich doch mal an, die Pesttoten, die Pesttoten, wo ein Drittel der Bevölkerung dahin gerafft wurde, das waren ja in erster Linie Ernährungstote. Die Leute hatten durch die einseitige Ernährung dieser kleinteiligen und kleinräumigen Landwirtschaft, damals hatten die solche Vitaminmängel, weil es für die Händler natürlich das Beste war, immer nur Getreide zu verkaufen oder so oder ähnliche Dinge. Und da hatten die Leute einen solchen Vitaminmangel und eine so einseitige Ernährung, dass sie ganz schwache Immunsysteme hatten und aufgrund dieser schwachen Immunsysteme sozusagen letztendlich viel pestanfälliger waren. Das heißt also, die Kurve geht nicht immer so ganz eindeutig. Es gibt auch schon Schwankungen in den Kurven. Natürlich ist tendenziell die Ernährung in den letzten 400.000 Jahren Stück für Stück immer schlechter geworden. Aber trotzdem kann man nicht sagen, dass jetzt im Mittelalter mit dem kleinen, kleinbäuerlichen Getreideanbau, dass das jetzt nun unbedingt viel gesünder war. Wir haben jetzt ja auch die Möglichkeit, dass zu jeder Jahreszeit frisches Obst aus allen Teilen der Welt zu uns gebracht wird und wir dadurch zum Beispiel etwas mehr Vitamine haben. Es gibt also schon auch teilweise gegenläufige Effekte, sodass man nicht so eindeutig sagen kann, dass alles, was früher war, und ich habe es ja schon geschildert, dass vor 10.000 Jahren ja die großen Seuchen begannen, weil die Erfindung vor 10.000 Jahren die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht so richtig groß wurde. Also wir müssen ja zeitlich davon ausgehen, dass vor 40.000 Jahren wahrscheinlich drei Dinge ungefähr parallel gelaufen sind. Erfindung des Geldes, allmähliche Erfindung von Ackerbau und Viehzucht und Gehirnschrumpfung. Ja, und dann vor 10.000 Jahren deutliches mickriger werden der Körper auch wegen der immer schlechteren Ernährung, weil diese, die Ackerbau- und Viehzucht-Explosion uns quasi dann so richtig krank gemacht hat und mickrig und so weiter. Wir waren dann also total schlecht ernährt, denn wir stammen ja aus einer Evolution, wo wir im Prinzip eine Vielfalt von völlig naturbelassenen, unverzüchteten und nicht irgendwelchen auf landwirtschaftliche Ergiebigkeit und Profitabilität hin veränderte Nahrung zu tun hatten. Ja, also und darauf sind wir ja genetisch geeicht ursprünglich. Man muss jetzt gucken, wie weit unsere Gene sich seitdem verändert haben, denn am Ende ist immer entscheidend, wie sind die Gene heute und wie muss die Nahrung aussehen, die dazu passt. Also diese Grundthese, wie haben es die Vorfahren gemacht? Ja, wenn, dann müsste man eigentlich sagen, wie haben es die Vorfahren vor 400.000 Jahren gemacht, dann wäre es halbwegs richtig. Aber wenn ich so zurückblicke, so vor 10.000 Jahren, da war bestimmt die Ernährungssituation noch problematischer, sogar noch problematischer, als sie jetzt eh schon ist. Also, also das ist eben auch wieder ein Irrtum gewesen. Unser Beenden von Geld regiert die Welt ist besser als bei der Ökonomie von Männchen. Natürlich müssen wir die Tatsache beenden, dass bisher Geld die Welt regiert. Aber wir machen das eben richtig, denn durch die Wohlfühlstimme zum Beispiel, das Vorwahlensystem und die Volksentscheide haben eben, beendet der Lobbyismus von heute auf morgen, denn vor allem auch durch die Verdienstzuschüsse, durch die positiven Anreize, wenn ein Konzern sowieso, im Prinzip wird ja jede Firma zum Teil des Gesundheitswesens, ich habe es ja erläutert, am Marktleiter, Restaurantleiter und Kioskleiter, dass also gemessen wird, welche gesundheitlichen Folgen hat das, was eine Firma tut. Genauso jede Firma, da wird geguckt, welche gesund, wie entwickeln sich die Mitarbeiter, die Kunden und die Anwohner gesundheitlich. Also wird jede Firma zum Teil des Gesundheitswesens, wir ziehen also Stück für Stück ja alles ins Gesundheitswesen rein und dann sozusagen ja dann endet sofort jeder Lobbyismus, weil es sich für die Firmen ja nicht mehr rechnet, ein Gesetz durchzudrücken, das den WählerInnen schadet, aber der Firma Geld bringt. Ja, denn sie kriegt dann durch solch eine Gesetzesänderung würde dann die Firma zwar mehr Geld kriegen, aber sie würde ja weniger Verdienstzuschüsse kriegen, weil die Kunden, Mitarbeiter und Anwohner ja schlechtere Gesundheitsdaten aufweisen würden und schlechtere Wohlfühlstimmen abgeben und dann wäre das plus minus null, also können sich die Konzerne den Lobbyismus gleich sparen. Eventuell es ist ja sogar so, dass das, was an Verdienstzuschüssen reduziert wird, mehr ist als das, was die Firma gewinnen würde durch die Gesetzesänderung, die sie wünscht. Also endet Lobbyismus von heute auf morgen und damit sind wir das Problem, dass Geld, die Welt regiert, ist von heute auf morgen los. Wenn wir dann alle Demokratisierungskonzepte machen, die wir angesprochen haben, also Vorwahlensystem, Wohlfühlstimme und Volksentscheide, dann sind wir sozusagen diese Geisel der Menschheit, nämlich Geld regiert die Welt, ist dann endgültig beendet. Ja, die Bewegung Blau hat sich dann auch als linksradikal erwiesen, nämlich der spricht von einer Enteignung ab 50 Millionen Euro. Ja, wenn man mal bedenkt, dass normale Reiche heutzutage eher im Milliardenbereich Gelder haben, dann bedeutet das eine, die Frage ist, auf welche Weise werden all diese Enteigneten zurückschlagen. Diese Frage muss ja gestellt sein und muss beantwortet werden. Ja, ja, mit der Wohlfühlstimme bewirkt man alles, na gut. dann der Vertreter des Orga-Teams Wir2020.de äußerte so ein bisschen die Illusion, man käme an die Macht ohne ein kleinteiliges Wahlprogramm. Das kommt man nicht. Ja, denn die Wählergruppen, die, wenn man jetzt sagt, wir gehen zukünftig den Weg des Weißrusslands, nämlich dass wir winterliche Atemwegserkrankungen genauso behandeln wie bisher auch und keine Sondermaßnahmen gehen. Dadurch kriegen sie nur einen kleinen Prozentsatz an Wählern und ganz viele, die sie dann nicht wählen und dann entscheidet das Wahlprogramm, die Qualität des Wahlprogramms, was aus der Partei wird und ohne unsere 56% Potenzial wird es dann eben nichts. Economy for mankind. Da kommt so eine Formulierung wie nehme ich mit Belustigung zur Kenntnis. Ja, das sind so die Wege, wie durch sachliche Kritik fühlt sich ja Ökonomie von mankind, immer gleich beleidigt und geht dann auf volle Attacke, indem sie sozusagen versuchen, den Gesprächspartner, die Streitpartner sozusagen lustig zu machen. Aber prüfen sie es mal nach. Gucken sie mal, wer zuerst mit welchen Seitenhieben aufwartet, weil sozusagen ja sozusagen gucken sie, wer hat das diktatorischere Gemüt sozusagen. Schauen sie selbst bei der Sendung, die Sender, die Welt klar sehen. Abonnieren nicht vergessen. Ja, dann der Mindestlohn, ein Mindestlohn von 4000 Netto. Die meisten, viele Leute haben gerade mal 1000 Netto, das wäre dann ja eine Vervierfachung. Und jetzt, wem nehmen sie das Geld weg? Was ist doch die entscheidendste Frage. Das ist ja eine krasseste Umverteilung von Reich zu Arm. Und die Frage ist ja, werden sich die Reichen das gefallen lassen? Und die Frage ist, wenn man so den Reichen das Investitionskapital aus der Hand nimmt, ist das eine gute Idee? Ist das Geld dann woanders jetzt besser aufgehoben? Ist es, wenn es verkonsumiert wird, besser aufgehoben, als wenn es Arbeitsplätze schafft? Ja, das ist die Frage. Ja, und dann auch zu Michael Schumacher, da sagt dann die Ökonomie von Mankind so what? Der hat Millionen mitgenommen, er hat Deutschland, also Schumacher, durch das Abwanderung Schumachers und aller anderen Fegen, wo die Ökonomie von Mankind ganz klar sagt, das macht uns nichts, das führt aber dazu, dass wir wir werden ja durch jeden Reichen, der geht, werden wir ja ärmer. Wir werden im Gehirndurchschnitt ärmer, weil uns dann jemand mit einem größeren Gehirnvolumen fehlt und auch dessen Kinder dann fehlen, mit dem größeren Gehirnen fehlen und weil deren Millionen uns und Milliarden uns fehlen. Wir werden also in jeder Hinsicht ärmer. Wir werden ärmer an Kompetenz, ärmer an Gehirngröße und Gehirnvolumen und wir werden sozusagen ja wir werden in jeder Hinsicht ärmer und die Ökonomie Frau MnKaid sagt so macht uns nichts. Tschüss. Und das ist, ich hoffe Sie erkennen, das ist einfach nur Irrtum. Das ist eben nicht vernünftige, budenständige, naturwissenschaftliche Linke, sondern das ist Pseudolinks, das ist linksradikal, das läuft am Ende auf eine DDR hinaus. Nächste Ökonomie von Mankind Irrtum. Dass die denken, es ginge um den Konsum. Es geht doch bei den Superreichen gar nicht um den Konsum. Die können sich eh alles leisten, was sie möchten. die Leute, die haben nur winzige Mengen verkonsumiert, sondern es geht um die Frage, wo ist das Investitionskapital besser aufgehoben. Darum geht es doch. Die Ökonomie von Mankind macht den Denkfehler, dass es, wenn ich alles enteigne, ab 30 Millionen, dann können diese Leute sich keine politischen Entscheidungen mehr kaufen. Durch unsere Wohlfühlstimmen, Vorwahlsysteme und Volksentscheidssysteme verhindern wir das viel besser. Denn auch mit 30 Millionen könnte man ja vielleicht noch politische Entscheidungen kaufen. Also unser System ist da viel besser. Und vor allem die Verdienst Zuschüsse, also die positiven Anreize für die Unternehmen, denn wenn die Unternehmen ja die Verdienst Zuschüsse gekoppelt sind an das Wohlergehen der WählerInnen, dann gibt es auch keine Versuche mehr, die Politik gegen die Wähler. sozusagen durchzusetzen, denn alles, was den Wählern schadet, schadet ja auch dem Unternehmen selber, weil sein Verdienstzuschuss reduziert wird. Ja, und dann generell waren in der Sendung eben, wie ich ja vorhin schon sagte, zu viele Sender und zu wenig Wähler, aber wir sollten eben wenigstens so tun, als wäre es doch irgendwie eine repräsentative Wählerstichprobe in dem Wissen, dass es keine repräsentative Wählerstichprobe ist und das trotzdem demonstrieren, wie sowas gehen würde, wenn eine repräsentative Wählerstichprobe da wäre. Wir wollen befreien von Freiheitseinschränkungen durch Pharmaindustrie, Medizinindustrie, Impfindustrie, Maskenindustrie, Testindustrie und Regierung. Also wir sind die großen Befreier und immer wird so getan, als wären die anderen die großen Befreier. In Wirklichkeit sind die die nicht Befreier. Ja und dann der Fraktpartei Vertreter Herr Eckenberger, der versteht uns halbwegs. Ja und das Problem ist eben, dass auch bei diesen Bürgerparlamenten sie kriegen bei Freiwilligkeit dieser Bürgerparlamente, wo ja Leute, tausend Leute einen Monat lang nur für die Politik arbeiten sollen. Da kriegen sie niemals eine repräsentative Wählerstichprobe, weil bestimmte Teile der Gesellschaft sich weigern werden, einen Monat rauszugehen, egal wie viel Geld sie dafür kriegen. Denn wie viel Geld soll jemand bekommen, dass er eine Karriere ist ja nicht nur ein finanzieller Wert. Wenn ich also einen Monat rausbringe bin und dann eventuell einen Karriereknick erleide, dann ist das ja mit Geld nicht nicht auszugleichen. Das hat so was wie von Anerkennung oder ähnlichen Dingen. Insofern würde ich sagen, sie kriegen da niemals eine repräsentative Wählerstichprobe hin, weil bestimmte Teile der Gesellschaft sich dann nicht repräsentiert wären. Die würden natürlich sagen, ich werde doch kein Politiksystem zulassen, wo andere Leute über mich diktatorisch herrschen, weil sie in den Bürgerparlamenten sitzen und ich keine Zeit habe für die Bürgerparlamente, mir die Zeit nicht nehmen will für die Bürgerparlamente. Und Paula Piquet erkennt ja auch ganz richtig, ihre Erfahrung ist, die Masse macht nicht mit. Ich kann es mal so zusammenfassen, die Masse macht einfach nicht mit bei zu viel an demokratischen Extra-Arbeit. Man darf da die Bürger nicht überfordern. Die Leute sind nur bereit, nur sehr wenig Lebenszeit zu opfern für die demokratische Tätigkeit. Professor Schwab erkennt immerhin als neue Anregung von uns, den Lebensmittelbereich in das Gesundheitswesen mit reinzuziehen und wir gehen ja sogar weiter. Wir wollen ja im Prinzip alle Unternehmen ins Gesundheitswesen reinziehen, weil ja die Verdienst Zuschüsse immer abhängig sind von den Gesundheitsdaten der Mitarbeiter, Anwohner und Kunden. Eigentlich machen wir das also mit allem, nicht nur mit dem Ernährungsbereich. Unser Konzept zum Thema Wegwerfen, natürlich man könnte sowas machen, das ist die Frage, will man das machen? Man müsste einfach Folgendes machen, Märkte, Marktleiter, Restaurantleiter und Kioske dürften keine Abfalltonnen für weggeworfene Lebensmittel mehr haben, sondern die jeweiligen Leiter könnte könnte man natürlich juristisch gesehen zwingen, dass sie das alles, was nicht rechtzeitig verkauft wird, wo die Preise nicht rechtzeitig gesenkt wurden, dass sie das kaufen müssen zum letzten Preis, also die dürfen das nicht danach nochmal den Preis senken und dann kaufen, sondern sie müssen es zu dem letzten wirklich gültigen Preis kaufen, sonst riskieren sie hohe Strafen, wenn das mal das kaufen, mit nach Hause nehmen und zu Hause in die Mülltonne werfen, wenn das dann verschimmelt ist, oder selber noch essen, wenn es noch essbar ist, das wäre so ein Weg, wie man das verhindern könnte, aber muss man darüber diskutieren, das ist nicht so wichtig. Ja, der Fehler war also gewesen, nochmal zur Talkshow, dass man diese, dass es dann am Ende darauf hinaus lief, wer soll drei extra Minuten bekommen, weil ich einfach noch mehr hören will über dieses Konzept, weil es mir noch so neu ist oder so, das ist der falsche Weg, es muss die Zwischenwahlen müssen immer so getan werden, wir unterstellen jetzt mal, als wäre hier eine repräsentative Wählerstichprobe, wo wir ja wissen, dass das nicht der Fall ist, aber wir nehmen mal an, es gäbe so etwas wie eine repräsentative Wählerstichprobe, was man später ja hinkriegen könnte, in den öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter, und dann sind diese Zwischenwahlen echte Zwischenwahlen und dann bedeutet es eben, dann kriegen der, die man bisher für besser findet, noch mal drei Minuten extra und so weiter. Ja. Da müssen die Leute sich auch bewusst sein, dass dann eben die Gefahr besteht, wenn man etwas nicht wählt, dass es dann eventuell weg ist und dass dann diese Reformkompetenz oder Expertenkompetenz einem dann eventuell entgeht und das wäre dann die richtige und so eine Wahl sollte dann eigentlich auch geheim ablaufen. Also vielleicht gibt es da ja so etwas mit so einer grünen Hand, die vielleicht nur der Moderator sieht oder so. Und dann hätte man so etwas wie eine geheime Wahl. Und die Frage muss einfach sein, Sie haben jetzt nur sehr wenig Information und Sie sind keine repräsentative Wählerstichprobe. Wir tun aber mal so als ob und von wem würden Sie jetzt am liebsten regiert werden wollen. Und so muss die Frage lauten. Bisher haben die Unternehmen Mitarbeiter, Kunden und Anwohner vergiftet und haben dann die Krankheitskosten bezahlt. In unserem neuen System von nextscientistsforfuture.de geben die Unternehmen Geld aus für die Ungiftigkeit und müssen die Krankheitskosten nicht bezahlen. Der Zusatzgewinn, den wir Wirtschaftswunder nennen, der kommt dann daher, dass in erster Linie aus der Beendigung der schmarotzerischen, parasitären Aspekte, der antikooperativen Aspekte von Gesundheitswesen, Sozialsparten, Arbeitsamt, NGOs, innere Sicherheit und so weiter. Wir haben ja in allen Behörden so den Aspekt, dass da eigentlich sozusagen die alles sich aufbläht und die Mitarbeiter all der Behörden und so weiter quasi für sich selber arbeiten, also für ihren eigenen Vorteil arbeiten und der Nutzen für die Gesellschaft minimal ist, also die antikooperativen Anteile gewaltig sind und wenn diese alle wegfallen durch die gezielt gesetzten positiven Anreize durch die Next Scientist for Future, dann werden auch die Unternehmen reicher und alle Bürger werden reicher, alle Wählerinnen werden reicher. Klammer Herr Klammer fordert einen Umdenkprozess von den Menschen, er fordert von den Menschen einen Umdenkprozess. Das sind immer diese Sprüche, die höre ich am allerliebsten, da kann man nämlich warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, das kommt nie. Seit Jahrzehnten wird appelliert und gewartet auf den Umdenkprozess, ja die Menschen, das Bewusstsein entwickelt sich, gar nichts entwickelt sich, ja, wir haben heute mehr Kinder und Eltern, die zulassen, dass ihre Kinder 100 Kilo Übergewicht haben, denn je, ja, es verschlechtert sich alles, es entwickelt sich kein Bewusstsein und es entwickelt sich kein, ja, das, wie war das eben, es kommt zu keinem Umdenkprozess, es wird alles immer schlimmer und die Ökonomie von Mankind missversteht immer alles, zum Beispiel hatten wir gemeint, wer andere in Nürnberger Prozesse bringen will und damit die anderen indirekt als Nazis beschimpft, der wird dann von den anderen als Rache, als Aussätziger behandelt. Ich habe nicht gesagt, dass die Ökonomie von Mankind Aussätzige wären, aber der versteht das dann, miss und missverstehen und dann greift man an, das ist das Motto von Ökonomie von Mankind. Dabei habe ich das nie gesagt, sondern es ging darum, wie werden wohl die Parteien, die als Nazis beleidigt werden, mit welcher Wut und Zorn werden die zurückschlagen und werden dann eine Partei, die quasi das Ökonomie von Mankind Konzept befolgt, nämlich der vollen Attacke, wie werden die dann zurückschlagen? Also immer wieder die Frage, wie werden die Unternehmer, wie werden die Reichen zurückschlagen, wie werden die anderen Parteien zurückschlagen, wie werden die Politik zurückschlagen, das alles übersieht die Ökonomie von Mankind. Die Ökonomie von Mankind geht nie auf Kritik ein, sondern immer nur die Leute sollen mehr lesen, die werden also quasi immer ins Umerziehungslager, Leselager geschickt, anstatt dass gesagt wird, mal Klartext gesprochen wird, woher sollen denn diese Milliarden kommen, dieser gewaltigen Umverteilung und wer wehrt sich dagegen und wer schlägt zurück ja dass die Frage ist wirklich von was träumen die Leute Nürnberger Prozess höchstens wird den Regierungskritikern der Prozess gemacht werden wie was bei Dr. Bodo Schiffmann sieht dem man ja eventuell die Approbation entziehen will in einem Prozess ja also ich ein bisschen mehr also das ist ich glaube da ist ein totaler Realitätsverlust die denen der Prozess gemacht wird sind die denen man vorwerfen wird dass sie die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet haben indem sie sozusagen irgendwie unverantwortliche Verstöße gegen die Demonstrationsordnung getätigt hätten oder wie Herr Dr. Schiffmann dass er unbegründete Maskenbefreiungen ausgeschrieben habe oder ähnliches ja also es wird eher den Regierungskritikern der Prozess gemacht werden die Kräfteverhältnisse sind einfach ganz anders als die Leute sich das wünschen ja da sind da ist viel Träumerei dabei ja und die Frage ist ja auch wie viel Prozent würden eine Partei wählen die einen Nürnberger Prozess fordert zwei Prozent bis zehn Prozent vielleicht aber niemals sechsundfünfzig Prozent ja 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 das war's das war jetzt die letzte Nachlese dieser Talkshow irgendwie hat es ja nicht geklappt da irgendwie mit dem die Videos laufen lassen das hätte ich dann wenn dann mit den Kameras machen müssen das wäre auch wieder blöd gewesen wir machen das dann halt jetzt immer so dass wenn sie jetzt also schauen sich die Sendung an schauen sie die parallel zu dieser Sendung und dann sehen sie ja auf welche Stellen sich auch die Punkte hier der heutigen Sendung dann bezogen haben also ja das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute mit den News for the Clever zu die Basis wir 2020 fragt Partei die ich glaube die vierte Kritik Sendung an Ökonomie von Mankind im Wesentlichen und ja das waren wieder mal die heutigen na was ist denn hier los die heutigen Tage das Wissen die wissenschaftlichen Tagesthemen und das wissenschaftliche Heute-Janal zu zu diesem Thema News zu wir 2020 die Basis Backdisch Füllmich Schiffmann Köhnlein Reuter Eva Rosen ja Tschüssi bis bald Untertitel Hs salty Parf